Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Nightmares Wir sind hier an der Stelle stehen geblieben Äh, nein sind wir nicht Ich hab 2-3 Meter gespielt und Es ist verbuggt, what the fuck Ich hab 2-3 Meter gespielt, die Aufnahme hat es nicht aufgenommen Das Spiel hat es allerdings gespeichert Und ich komme nicht mehr zurück an die Stelle Äh, es waren irgendwie nur so 10 Meter Weg und so Also keine Angst Dass ihr irgendwie großartig was verpasst habt Äh, wir sind immer noch hier im Depths Kapitel Was auch immer da im Wasser ist Laut auf uns Okay Also nur falls euch nicht wundert Wir sind vielleicht 10 Meter oder so Haben wir weiter gemacht Das war es ansonsten Okay, das Ding holt sich immer noch das Essen Ja, spring gegen die Lampe, du Vollidiot Ach du Kacke Komm ich da rüber? Ich bete jetzt mal, dass ich da rüberkomme Lebendig Ne, mach doch nicht Jetzt, jetzt Wieso wolltest du spacken? Jetzt klettern Ach du Schau Okay, das ist ziemlich verbuggt Also wie gesagt Ich habe kurz das Elektroröze gemacht Und so Und dann Bin ich durch so einen Waschraum gelautscht Und das war es auch schon Ja Lass mich halt auf dem Wasser sporen Bin ich richtig sozial Für die Spiel Okay, 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 okay So Zack Los, 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 los Los Wieso ist es jetzt nicht eben wieder zum Fisch Gespuren Jetzt, halt dich fest Halt dich, halt dich fest Geh hoch Alter, ist das hart Ich muss warten Ja, also es weiß, dass wir hier drauf sind Hä? Why the fuck Kannst du nicht rennen? Und schwimmen Und schwimmen Und schwimmen Mach hinne Mach schnell Ja, das ist Wenn der nicht springen will Kann ich da auch nichts machen Wieso, Alter Komm hoch Okay, das regt mich jetzt schon extrem auf So So, hin Mach, 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 mach Nee, der hat uns Ich kann's nicht Ich krieg's nicht hin Alter Fick dich doch Spiel Wo starte ich? Wo fang ich an? Ganz am Anfang Leck mich Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich's hab Okay Okay Ich hoffe, die Aufnahme hat pausiert und alles Wir sind hier Meine Fresse Gosh, das hat so angekotzt und genervt Das Teil wartet da Wir müssen es allerdings riskieren Okay Okay, okay, okay Wir haben's Heilige Scheiße War das ätzend Du musst halt von vorne immer wieder anfangen Das ist nicht mal hart Das ist einfach nur nervig Willst du mich verarschen? Alter Ich raste hier gleich aus Springen Du Dulli Komm, du kannst doch sonst so gut balancieren Ja Du kannst ja Hä? Was ist denn hier oben? Dass wir hier runtergehen können Wir hätten ganz hoch klettern müssen, oder was? Du Du kannst mich mal Du bist scheiße, Junge Du bist scheiße Six ist viel besser zu stören Und Mono, erst recht So Wahrscheinlich ist ja eine Statue Oder irgend so ein Dreck Oder ich kann auf die andere Seite springen Und da ist so eine Flasche stimmt statt Und gibt's ja ja gar nicht Aber heilige Fick Das ist Ne, ne, ne Weher Du guckst jetzt erstmal, ob das Kackding da unten ist Ne Ah, der Nachtpott Okay Ich bin sowas von sauer gerade Da ist Wo wir ran müssen Okay Kommen wir da lang Da hoch Ja, wir können jetzt mal kurz das Wasser Abstellen Stimmt schon Meine Fresse Das ist auch mit dem Switch Controller Und dieser anderen Störung Das ist so Unfassbar nervig Okay Nix Besonderes Ja, weil So ein Rätsel habe ich eben schon mal gemacht Äh Bevor ich dann Ach Ja, bevor die Aufnahme dann wieder abgekackt ist Und so Also ich habe Früher nie kapiert Warum das Player mal sagen Äh, die Aufnahme ist geschissen Und so Tut mir leid Dass ihr jetzt irgendwie Fünf Minuten oder so Nicht sehen könnt Mittlerweile verstehe ich's Und natürlich Das Teil ist nicht Auf dem Teil Ist nicht auf dem Koffer gelandet Nee, natürlich im Wasser Ach, zu schön gewesen Bist du Dumm, Junge Danke Ach, die Challenge ist es Auf die andere Seite zu kriegen Ah Ja, das kann uns ja Relativ egal sein Ja, mittlerweile verstehe ich's wirklich So oft was neu spielen müssen Oder so Auch was ihr nicht wisst Oder so Was ich immer neu gemacht hab Allein das Lost in Vivo Oder so Wie oft ich das mal Zocken musste Das War Unglaublich nervig Du kleiner Du Idiot Du nimmst das Ding jetzt Du hörst es nicht runter Ist das echt so schwer Und dann siehst du Du kannst es doch weit werfen Ja, natürlich Das bleibt nicht so Wieso auch Nee, 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 nee Wir müssen das hier unten Das ist ja noch hinten schieben Wir müssen einen kurzen Weg schwimmen Leider Wir sind nicht so So ein krasser Springer Sind wir auch nicht Okay Oh ja Oh ja Oh ja Bist du dumm, Kid Du kannst mich mal Alter Das war ein perfekter Run So Wir testen das jetzt nochmal Weil Wie slidet man Ja Das ist Genau das hab ich gemacht Aber weil der gegen die Wand Gelatscht ist Alter Nee Nochmal Der DLC ist aber auch hart Und ich hab's euch glaub ich auch gesagt Der ist unfassbar schwer Tschüss Und das war meiner Meinung nach Schon ein perfektes Rennen Quasi Oh Kacke Da Ist das Monster Was jetzt auf die Kacke geht Das wartet nur Wir kommen gut durch Hoffentlich 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 Mach hin Mach hin Mach hin Oh ja Okay Jetzt hatten wir einen guten Vorsprung Kommt selten vor Aber wir hatten mal einen guten Vorsprung Warte Erstmal anmachen Ich glaub das ist für die Die Lampe eben noch nicht gesehen haben Ich hab mir da so die Finger verbrennen Wenn ich an dem Teil schwingen würde Das wird doch so wehtun Obwohl noch Noch sollte die Lampe nicht so heiß sein Oder das Metall Alter Der ist automatisch in die Richtung gesprungen Halt dich Halt dich fest Du Idiot Einen Wasserpegel angehoben Das ist alles Anderer Das ist gut Scheiße Scheiße Hohohoho Jetzt den Fernseher rein Schock Dass viel Röste ist Ja Ja Verrecken sollst du Ah Ja Ja natürlich Und bei meinem Glück Wenn das Wasser jetzt noch elektrisiert wäre Wär ich gestorben Aber es ist sicher Oh Und wir haben den Gegner Dieses Areals geschlagen Heilige Ficke Wir haben lange keine Flasche mehr gefunden Deswegen Ich denke mal Dieser eine Abschnitt Beim Hochklettern Hätte uns eine gebracht Aber ich bin ja auch kein 100% Spieler Bin ich nie Werde ich nie sein Habe ich nicht die Nerven Für Okay Die war relativ einfach Ich meine Wir haben drei Flaschen Oder vier Flaschen gefunden Aber ich bekomme auch keinen Erfolg Oder so Aber das war mal schwer Das war mal extrem hart Und ich weiß glaube ich Dass das nächste Kapitel Noch härter wird Das wenn ich es richtig in Erinnerung habe Ich meine Ich habe auch bis jetzt Wirklich in keinem anderen Game Krass geraget Oder so Wirklich nur bei Little Nightmares Hey ich bin jemand Komm Ich konnte sogar noch laufen Hört ihr Okay jetzt nicht mehr Oh Das ist eine Szene aus dem Spiel Wir sind der Junge Der weggenommen wurde Wir haben es schon freigeschaltet Beinahe Wir hätten es fast raus geschafft Okay Dann würde ich sagen Keine Ahnung Arbeiten wir die Jedes Die DLC Strang Sag ich mal In drei Parts ab Drei oder vier Jetzt haben wir es Katzenhaare Jetzt haben wir es In drei Parts gepackt Würde ich sagen Bis zum nächsten Mal